Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin der Marcel Clementi und es freut mich voll, dass du heute bei mir vorbeischaust. Ich habe ganz oft in den Kommentaren gelesen, hey Marcel, wie lerne ich denn den Schneidersitz oder wie kann ich denn den Schneidersitz verbessern? Und das schauen wir uns heute in diesem Video genauer an. Ich weiß, dass viele von euch zu Hause wahrscheinlich so im Schneidersitz sitzen, mit rundem Rücken, sehr viel Spannung da spüren in den Adduktoren und in der Hüfte. Ich kenne das von mir selber und ich habe mit einem Profi-Eishockey-Spieler mal eine Yogastunde gemacht und der war so steif, der war am Modgerät durchtrainiert, natürlich als Profi, aber eben der Schneidersitz hat dann irgendwie so ausgeschaut und da gibt es gute Übungen, um das Ganze zu verbessern. Einerseits wichtig natürlich für die Yoga-Praxis und für die Meditation, wenn wir länger aufrecht sitzen wollen, ohne dabei Schmerzen in den Knien oder in der Wirbelsäule zu spüren. Andererseits einfach generell wichtig für das Wohlbefinden, für die Haltung und auch für andere Sportarten. Total nützlich, wenn man da zusätzliche Flexibilität in den Adduktoren, also in der Hüft- und Bein-Innenseite hat. Bevor wir starten, wäre es wie immer eine riesengroße Unterstützung, wenn du den Like-Button drücken könntest und diesen Kanal abonnierst. Das ist komplett kostenlos und hilft mir, dass dieser Kanal weiterhin wachsen kann. Also vielen, vielen Dank dafür. Mir ist wirklich wichtig, dass ich mir da eine Online-Community aufbauen kann. Also wenn du irgendwelche Fragen hast oder Wünsche für Videos, dann schreib sie gern in die Kommentare. Ich freue mich da immer voll und für diese Einheit heute brauchen wir überhaupt nichts. Nicht einmal eine Yogamatte, das würde sogar zu Hause am Teppich gehen oder am Boden. Ich zeige dir dann eine Sache mit dem Yoga-Blog. Solltest du keinen Yoga-Blog haben, geht auch ein dickes Buch oder es geht natürlich auch ohne. Falls du auf der Suche bist nach Yoga-Equipment, schreibe dir das gern unten in die Videobeschreibung. Dann kannst du dir das mal genauer anschauen. Gut, dann würde ich sagen, wann immer du bereit bist, los geht's. Also gleich kleiner Trost am Anfang. Bei mir ist der Schneidersitz auch nicht immer so leicht gegangen, vor allem dann auch in den ganzen Lotus zu gehen. Das war am Anfang ein kompletter Kampf für mich und da muss man bitte vorsichtig sein. Diese Positionen soll man nicht erzwingen, weil da kann man sich wirklich am Knie verletzen. Und sollte davor die richtigen Aufwärmübungen für die Adduktoren und für den ganzen Hüftbereich machen. Das schauen wir uns in diesem Video an. Was natürlich dazu kommt, um diese Haltung, diesen geraden Rücken, diesen Schneidersitz überhaupt auf längere Zeit halten zu können, ist auch die Wirbelsäule. Wenn wir nämlich so da sitzen, dann ist es kein gerader Rücken und das ist oft die Schwierigkeit, dass wir die Öffnung in der Hüfte bekommen und gleichzeitig der Rücken aufrecht bleibt. Das heißt, es beginnt unten beim Becken. Wir kippen das Becken nach vorne. Wir machen da jetzt gleich eine Übung, um ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen. Man platziert deine Hände auf den Knien. Geh mal in so einen runden Rücken. Wahrscheinlich sitzt man automatisch eh schon so da. Und jetzt kipp das Becken, sodass da ein Hohlkreuz entsteht und heb die Brust. Jetzt gehen wir da in so eine kleine Lordose, also eben in dieses Hohlkreuz. Aber mit Kombination dieses Schneidersitzes ist es ein gerader Rücken. Wir kippen das Becken fest nach vorne. Wir können dann wieder nach hinten wechseln in einen Katzenbuckel sitzend. Atme wieder ein, Becken kippen, Brust heben und versuche kurz aufrecht zu sitzen. Und mit der Ausatmung kannst du wieder nach hinten und kurz entspannen. Mach das gerade drei, vier Mal in deinem Tempo. Auch super am Morgen, um die Wirbelsäule aufzuwärmen, weil man da ja in zwei Extreme geht. Also Kyphose und Lordose ins Hohlkreuz und in den Rundrücken. Also auch eine super Übung an sich gegen Rückenschmerzen. Sehr gut. Falls es jetzt am Anfang noch ein bisschen ungewohnt ist, machen wir jetzt gerade noch kurz eine zweite Variante. Und zwar geh mal auf alle Vierer, die Arme schulterbreit, die Beine hüftbreit. Und es ist dieselbe Bewegung in diesem Vierfußstand. Ist auch Katze, Kuh, also einatmen, Becken kippen, Brust heben, Blick nach oben. Und mit der Ausatmung hin zur Brust, schreckt die Arme durch und der Rücken wird ganz rund. Also wir merken wieder einatmen, der Hintern geht raus. Das wäre jetzt quasi unser gerader Rücken. Und mit der Ausatmung, der runde Rücken, das ist, wenn wir uns nach hinten lehnen. Auch das drei, vier Mal bitte machen. Lass die Arme dabei durchgestreckt. Auch das ist an sich eine mega gute Übung für deine Wirbelsäule und Gegenrückenschmerzen. Was man wirklich jeden Tag machen kann in der Früh, gerade ein, zwei Minuten oder mal in der Mittagspause. Und dann wieder in eine neutrale Position und wir setzen uns wieder hin. Also das ist mal das Prinzip von der Wirbelsäule. Man hört ja oft, stell dir vor, da ist ein Faden, der zieht die nach oben. Wir brauchen da gar nicht so abschweifen. Wir schauen uns das anatomisch an. Da braucht es keine Fäden oder Schmetterlinge oder was auch immer. Wir legen uns jetzt auf den Rücken. Ich glaube, dass das eben ganz oft die Männer beim Yoga abschreckt, wenn man so Sachen hört. Also wir kämen jetzt in den liegenden Schmetterling. Horst so, aber müssen wir nicht so nennen. Subtabharakonasana oder einfach in einen Öffner für die Adduktoren. Also wir legen die da mal ganz gemütlich auf den Rücken, bringen die Füße zusammen und lassen die Knie links und rechts zur Seite fallen. Das öffnet ganz entspannt die Adduktoren. Also da die Oberschenkelinnenseite, wenn du zusätzlich den Druck erhöhen möchtest, dann leg die Hände auf die Oberschenkel und drück sie etwas mehr nach unten. Man könnte da sogar Gewichte drauflegen, falls du Gewichte zu Hause hast. Oder vielleicht hast du Kinder daheim, dann setzst du eins links und eins rechts, wenn sie circa gleich schwer sind auf deine Oberschenkel. Oder eben mit den Händen nach unten drücken. Sage ich schon nach unten sitzen, verlauter Gewichte. Die Schultern bleiben dabei ganz entspannt und umso näher du die Fersen zu dir bringst, umso intensiver wird diese Hüftöffnung. Kannst ja gerne mal kurz die Augen schließen. Konzentrier dich mal nur auf die Atmung. Kannst gerne die Hände auch auf den Bauch legen sonst. Mal kontrollieren, ob du wirklich durch die Nase bis in den Bauch atmest. Während dieser Dehnübungen entspannen wir gleichzeitig den Körper, den Geist. Jedes Mal ausatmen, entspann deine Schultern und dein Gesicht ein bisschen mehr. Um wirklich an der Flexibilität zu arbeiten, sollten wir diese Positionen mal mindestens zwei, drei Minuten halten. Also noch eine Minute circa. Nehmen wir noch drei tiefe Atemzüge. Nochmal tief einatmen. Gerne durch den Mund aus. Nochmal Kiefer und Stirn entspannen. Ganzen Druck loslassen. Gut. Und dann bring die Knie zusammen, schling die Arme herum und dann roll die wieder ins Sitzen auf. Das war jetzt ein passiver Stretch, also man unterscheidet zwischen aktiven und passiven Stretch. Passiv eben, wir haben nichts gemacht. Wir haben uns live den Rücken gelegt und die Schwerkraft hat die ganze Dehnung übernommen. Jetzt machen wir noch was Aktives. Dafür bring die Fußsohlen zusammen. Platziere die Hände auf den Füßen. Auch da den Abstand so wählen, wie es für dich angenehm ist. Also umso näher die Fersen bei dir, umso intensiver. Und einatmen, richte dich auf. Mit der Ausatmung zieh dich jetzt nach vorne und versuch mit deinen Ellbogen gegen die Oberschenkel zu drücken, um da wirklich nur mehr nach unten zu kommen. Wenn es jetzt so ausschaut, dann ist es überhaupt kein Problem. Schau, dass du möglichst gerade sitzt und dann einfach da nach unten drücken. Es ist viel, viel leichter, aus dieser Position sich dann raus zu verbessern, wenn du das regelmäßig machst. Dann ist es gleich mal so und dann geht es weiter und irgendwann liegen dann die Knie wirklich komplett auf der Matte auf. Muss natürlich nicht das Ziel sein. Hauptsache wir fühlen uns wohl, haben da Flexibilität, die wir für den Alltag brauchen. Man muss ja nicht gleich zum Ober-Yogi werden. Würden wir jetzt auch nicht als Ober-Yogi bezeichnen, aber ein bisschen Yoga tut schon gut. Gut, versuch dir da mehr und mehr nach unten zu ziehen. Die Schultern bleiben da ganz locker, Gesicht entspannt. Keine Kremasse ziehen, es wird dadurch nicht leichter, sondern ganz entspannt atmen durch die Nase bis in den Bauch. Sollte da kein stechender Schmerz im Knie sein, also wenn es irgendwie wehtun anfängt, dann bitte einfach die Position verlassen und dann vielleicht nochmal auf den Rücken legen und nochmal die passive Variante wählen. Vielleicht kannst du den Druck noch etwas erhöhen. Jeder mal ausatmen, gerade einen Zentimeter oder Millimeter tiefer gehen. Nicht wippen, ganz wichtig, wir tun nicht wippen in der Position, sondern wir atmen und mit der Ausatmung gehen wir ein bisschen tiefer. Dieses Wippen ist eher gefährlich dann für eine Verletzung und hilft dann nicht wirklich der Flexibilität weiter. Man nennt dieses Wippen auch Ballistic Stretching, aber das braucht man nicht. Dann noch ein paar Atemzüge. Hoffentlich ist es noch auszuhalten. Halt mal noch für fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Langsam wieder hoch. Gerne die Beine mal kurz ausstrecken, ausschütteln. Also jetzt liegt der Block da die ganze Zeit um und mit dem wollte ich euch ja noch was sagen. Im Schneidersitz. Währenddessen kannst du gerne mal die Beine ein bisschen ausschütteln und nach links und rechts bewegen, um so die Beine auszulockern. Und ich sage dir dabei nur, dass wenn du die auf den Block setzt, dann ist es automatisch einfacher, das Becken dann nach vorne zu kippen und dann ist mein unterer Rücken gerade. Sollte dann halt auch nicht so sein, dass die Knie weit in der Luft sind, sonst könntest du auch die Blöcke unter die Knie platzieren, als kleine Stütze. Dann hast du nicht so viel Druck drauf und kannst länger so sitzen. Also einen rechts, einen links. Aber wie gesagt, braucht man nicht unbedingt. Zumindest nicht für den Schneidersitz. Für andere Übungen können Blöcke und Gurte sehr hilfreich sein. Die letzte Übung, die wir uns anschauen für die Beineinnenseiten und für unseren Lotus-Sitz oder Schneidersitz oder halber Lotus ist der Frosch. Ich glaube, ich lasse die Namen besser weg, bevor das jemanden einschüchtert. Ich sage es einfach vor. Wenn du willst und du hast eine Yogamatte, kannst du die einrollen, dann ist es ein bisschen angenehmer für die Knie, ein bisschen weicher, lächst du eine Decke drunter oder machst du es auf den Teppich. Und wir versuchen da die Beine so weit wie es geht auseinander zu geben. Also wirklich da so weit wie es geht nach rechts und links. Schau, dass du 90 Grad Beugung hast in deinen Knien. Der linke Fuß schaut nach links, der rechte Fuß schaut nach rechts. Und bevor wir jetzt wieder nach hinten schieben, kippen wir das Becken. Also wieder der Hintern geht raus, unterer Rücken wird leicht zu diesem Hohlkreuz. Und dann schieben wir da das Gewicht nach hinten. Du kannst und schau auf die Unterarme gehen und schau, dass die Hüfte circa über dem gebeugten Knie ausgerichtet ist. Also nicht so hinten sitzen und nicht zu weit vorne, sondern wirklich da circa in einer Linie und dann schön nach hinten schieben. Du musst auch überhaupt nicht auf die Unterarme, das ist natürlich nur eine Option. Ansonsten bleibst du einfach auf den Händen. Und dann nutzt vielleicht die Zeit in der letzten Position, um über Dankbarkeit nachzudenken. Was für Dinge fallen dir ein, für die du dankbar bist? Was für Menschen, die dich immer unterstützen? Was für schöne Momente? Jedes Mal, wenn du dieses Video machst und diese Übungen machst, dann beendest du dieses Video mit Dankbarkeit, starte Stein in den Tag oder beende Stein in den Tag mit positiven Gedanken. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man lernt, sich auf das Positive zu konzentrieren. Und egal, wie schlecht der Tag ist, es gibt immer was, wofür man dankbar sein kann. Versuch, den Druck sanft zu erhöhen, auch hier ohne zu wippen, sondern mit der Ausatmung langsam tiefer gehen. Auch eine Frage, die ich oft bekomme, was ist denn zu oft dehnen oder wie oft solltet ihr denn diese Übungen machen? Die Antwort lautet, umso öfter du diese Übungen machst, umso schneller verbessert sich deine Flexibilität. Einmal täglich wäre natürlich perfekt. Ich habe schon gelesen, manche von euch würden gerne zweimal täglich Yoga machen. Auch das ist okay. Dann würde ich auch mal eine sportliche Variante wählen und auch mal was Entspannteres. Dann hat man eine schöne Balance. Aber das beste Training und die beste Routine ist die, die du wirklich machst. Und wenn es zweimal die Woche ist, dafür fix jeden Mittwoch und jeden Sonntag, dann ist es zweimal die Woche und das ist dann besser wie einmal. Aber natürlich werden viermal besser wie zweimal. Also finde da einen Weg, um das in deinen Alltag einzubauen und um deine Ziele zu erreichen. Ein letztes Mal tief einatmen. Beim Ausatmen noch mal dein Gesicht entspannen, Kiefer, Stirn. Und Achtung beim Verlassen dieser Position wirklich langsam zuerst die Hände auf die Matte und dann die Beine langsam zusammenbringen. Nochmal ausschütteln, alles auslockern. Und dann versuch die gerne nochmal jetzt in den Schneidersitz zu sitzen. Vielleicht merkst du einen Unterschied, vielleicht geht es schon einfacher. Vielleicht sind die Knie jetzt plötzlich auf der Matte, obwohl sie vorher erst da oben waren. Na Spaß, das dauert natürlich ein bisschen. Aber der Weg ist das Ziel und mit Geduld und mit kleinen Schritten auf längere Zeit mit Kontinuität kann man alle seine Ziele erreichen. Davon bin ich überzeugt. Also bleib da dran. Ich bedanke mich bei dir und hoffe, dass dir das Video gefallen hat, dass es dir für deinen Schneidersitz und für dein Wohlbefinden hilft. Es wäre wirklich eine riesengroße Unterstützung, wenn du diesen Kanal abonnieren könntest und vielleicht dieses Video an zwei, drei deiner Freunde weiterschickst, die auch mit dem Yoga starten sollten. Wie schon erwähnt, der ganze Channel ist kostenlos. Also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich freue mich über Kommentare, über das Hitten des Likes-Buttons. Immer dieses Ende. Schwierig, die richtigen Worte zu finden. Also vielen, vielen Dank. Falls du Lust hast auf ein Yoga-Retreat, schaust dir gerne mal an auf meiner Webseite. Das sind immer Wochenenden oder auch vier, drei Tage mit Yoga-Programmen, Fitness, Vorträgen, Meditations-Workshops in Kombination mit coolen Wellness-Hotels für Entspannung, Erholung und einfach mal die Auszeit, die man sich gönnen sollte. Und falls du jetzt Lust hast auf längere Yoga-Videos, auf Live-Yoga, Online-Workshops, leckere Rezepte und vieles mehr, dann schau dir gerne auch meinen Patreon-Channel an. Das ist für eine kleine monatliche Mitgliedschaft, kann man mich und meinen Kanal unterstützen und kriegt dafür vollsten Zugriff auf meine Videos und den direkten Kontakt zu mir. Wir machen ja Live-Yoga monatlich mit Q&A. Du kannst mir Nachrichten schreiben und dann schauen wir uns deine Yoga-Praxis etwas genauer an. Gut, dann sage ich nochmal Danke, alles Liebe, feinst Dagele noch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf der Yoga-Matte. Alles Liebe und Namaste. Das ist für eine große -Gespanie. Das ist für eine große -Gespanie. Das ist für eine große